So, willkommen zu Hubsanleitung und folgt von jetzt bei Wettbewerden nach Kymnet. 100% dran. Wir sind bei den Challengekarten. Los geht's mit Harley Quinn bei Vertigo. Führe fünf Radschläge hintereinander aus. Führe Niederschlag mit einem Baseballschläger aus. Hintere die Sanitäter dann auch nur einen Einzettkick, die wiederzulegen. Also dann heißt das eigentlich im Prinzip auch wieder, wir schalten die Sannis aus. Als erstes Problem ist, Harley hat nur laute Niederschläge. Ja, das mit den Radschlägen hintereinander, das ist ja easy. Muss ja noch mal X drücken. Das wirkt ja echt so, als ob die nichts eingefallen ist, was sie bei ihr machen können. Simulation aktiviert. Was? Der hat mich gleich gesehen. So. Ah, so. Da haben wir die Daten. So, geht weg. Alter, ich kann mit dir gar nicht spielen, gell? Ziele in Bewegung. Kommt auf meine Position. Wir sind bereit, mal einen Springzoffen vor. Schwingt sein Schaf. Drei. Drei. Da unten bewegt sich was. Aber warum? Es ist nichts. Jetzt verliß dir Zeit. Das war gar nichts, ey. Ne, mit Harley kann ich gut. Warum geh ich wieder raus? Mit Harley kann ich nichts spielen. Ich habe auch mal eine Idee, wie es angehen könnte. Ich war nur zu ungeduldig. Na komm, lass schnell mal. Wenn sie wenigstens ein Stealthkill hätte. Einmal Stealth ausstellen, aber na. Simulation aktiviert. Selbst Dark Knight hat eine Version. Also, Nighthirt. Oh, das wird wehtun, wenn du wieder aufwachst. So. Haben sie mich jetzt gesehen? Hey. Hey. Really? Ja, ich sollte auf Ausrichtspunkte. Ich gehe ja nicht raus. Nein. Nein. Mal sehen, ob er okay ist. rein theoretisch obwohl das ein scheiß durchgang war hab ich die Sanis ausgeschaltet noch 7 Gegner na kommt jetzt hast du es geschafft noch 3 Gegner da lebt noch 1 mal gucken ob sie meine Spülo hören na los vor solchen Tagen hat der Joker immer gewarnt zeig mir Tarnbarkeit keine Furcht ich mach den Stich halt kaputt ich komm ihn her alles klar ich seh mal nach dem Tuch geht die Deckung aktiviere ich mal hier die Musik wenn das mal wenigstens einen hier herlockt komm her ich muss halt nicht aufpassen weil ich bin hier schon böse erwischt überbrück die Ecken überbrück alles im Training war das alles leichter guck mal da putt 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 da rüber na gut denn auch so geht's auch ne warte mal ich hab eins nicht schnell abgeschossen oh nein ich hätte nie der Schlag noch machen müssen gär ich hab das alles vergessen scheiße ach fuck it hätt ich das doch auf den Netzen gemacht